Wer ein Tablet hat, der kennt vielleicht das Problem und zwar haben Tablets oft nur wenige oder in dem Fall sogar nur einen USB-Anschluss. Das ist jetzt das Surface 2 Pro von Microsoft und das kommt nur mit einem USB-Anschluss daher und das ist auch schnell belegt. Zudem hat er kein Ethernet-Anschluss, man ist hier also auf das WLAN angewiesen. Möchte man dem was entgegensetzen, gibt es da so einige Adapter auf Amazon. Ich habe mir hier mal einen recht günstigen für um die 18 Euro bestellt. Der hat vorne Ethernet und hat hier drei USB-Ports. Ja, ist mit USB 3.0 wird er verbunden und was ist noch dabei? Das Teil ist dabei. Das Aussprechen des Namens erspare ich mir jetzt einmal. Auf jeden Fall ist das hier ein USB-C-Adapter und der geht auf einen ganz normalen USB. Das heißt, ich kann das Ding auch an Geräte anschließen, die halt nicht mehr diese, wie sagt man da, USB-A-Stecker haben, sondern halt mit USB-C zurechtkommen. Die Android-Kompatibilität, die habe ich auch getestet. Ja, leider nicht so doll. Also es funktionieren zwar die USB-Stecker, man kann also seine USB-Sticks da anschließen, das funktioniert. Ethernet funktioniert nicht, hat er wohl den falschen Chipsatz für. Also da müsst ihr quasi extra nochmal schauen, dass der ausgewiesen ist, mit Android-kompatibel zu sein. Ich habe jetzt beides mal getestet. Also ich habe sowohl Ethernet getestet, ob da das Gigabit durchgeht. Und dann habe ich getestet, ob die USB-Ports volle Leistung bringen. Wie habe ich das gemacht? Naja, ich habe hier so ein Send-Disk-Stick. Das ist zumindest den schnellsten, den ich jetzt hier habe. Den habe ich einmal direkt am USB-3.0-Port meines PCs getestet. Hier seht ihr die Ergebnisse. Und dann habe ich das über dieses Teil hier nochmal gemacht. Und das blende ich euch auch mal die Ergebnisse ein. Das würde ich wirklich als Messungenauigkeit abtun. Die Unterschiede sind marginal. Und was macht Ethernet? Ja, Ethernet habe ich mit einem iPerf-Server getestet. Läuft auf meinem NAS. Und da habe ich auch sehr gute Geschwindigkeiten rausbekommen bei. Auch das würde ich unter Messungenauigkeit vielleicht abtun. Also die Geschwindigkeitsunterschiede sind wirklich marginal. Das Gigabyte kommt so gut wie komplett durch. Von daher kann ich das Teil jetzt erstmal nur empfehlen. Mit Einschränkungen natürlich, was die Benutzung am Android-Telefon angeht. Aber ansonsten ist das auch ein schönes Gimmick, dass man hier noch dieses USB-Teil hat. Kann man einfach auch USB-Sticks dann einfach mal über USB-OTG am Android anschließen.